Heute unser Kirchweifest mit dem geschmückten Strauß hier auf der Bühne, unseren vertrauten Trachten aus vergangenen Tagen. Herzlich begrüßen wir alle unsere Gäste und Freunde, jung und alt, unsere Trachtenpaare. Und ich stelle sie mal gleich vor, wenn ich drüber rede. Und ich darf vorstellen, hier vorne gingen Veronika und Werner Kilsheimer. Es gingen aus drei Spitzleute Renate Prinz und Ewald Spanjer. Es traten auch Kisch Wilhelmine mit ihrem Sohn Andreas. Und nochmal aus drei Spitz Helga und Harald Menrad mit ihrer Enkelin Nina. Danke, Nina. Und siehe da zum ersten Mal auch zwei Paare aus Kreuzstätten. Anni und Lorenz Strauch. Und als Abschluss das Paar Helga und Arthur Schmidt. Den Namen können wir. Danke euch allen, dass ihr mitgemacht habt hier. Herzlich bedanken wollen wir uns auch bei unseren fleißigen Helfern und Helferinnen. Unseren besten Kuchenbäckerinnen mit einem Extra 3A und einmal G. Arig, arig, arig gut. Danke. Soviel herzlichen Dank unserer Musikpapelle Karpatenländer mit ihrem Papellmeister Sepp Steingasser. Weiterhin begrüße ich als Ersten mit Namen unseren Ehrenvorsitzenden der HOG Segentau, Marquard Schäfer mit Gattin Elisabeth. Ich darf auch begrüßen den Vorsitzenden der HOG Neuerrand Anton Hans mit Gattin. Sowie den Vertreter der HOG Kreuzstätten, Valdemar Geisler mit Gattin. Und was nicht üblich war bis jetzt, aber wir führen das ein, begrüßen wir heute auch unsere Vorstandskollegen und Kontaktpersonen unserer Landsleute in den verschiedenen Regionen der Bundesrepublik. Es sind, ja, Michael ist leider nicht hier, aber ich habe noch einen Stellvertreter und das ist Erwin Gisler, er kümmert sich mit dem Kontakt zur Banatepostung notiert und leider unsere Verstorgerung. Danke, Erwin. Danke, Erwin. Vielen Dank.